Ok, was hat der drauf? Oh Gott. Das ist immer schlimm gegen den neuen BM und man weiß noch nicht, was der macht, ey. Ok, das ist nix neues. Der sieht aber cool aus. Ach ja, ich dachte, der wollte jetzt fliegen oder so. Was? Keine Ahnung, der ist so ein bisschen bei Luft. Oh, der braucht nicht mich zu schießen, ihr Pisser. Äh, oh Gott, oh Gott. Oh, der macht den dabei. Der macht, der bewegt sich auch noch dabei. Der bleibt nicht auf einer Stelle stehen. Der rutscht hier übers Eis, der Pisser. Der blöde Spucker, geht mir nicht auf den Sack, ey. Keine Fresse. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Okay. Dann war es dabei. Oh Gott. Okay. Das war einiges davon. Dann ist es schabend genommen. Das war es nicht. Na ja. Dann ist es nicht. All da, was ich da glaube ich. Oh Gott, das war das nicht. dann geht so fackel da ich muss das mal jemand nehmen ich schieß ja schon auf dich bringt das nicht dann bleib hier durch den machen der scheiß ich sehe keine markierung das ist ein eisbock du bist ja nicht mal ganz da drin unteren dinger hier die aus dem boden kommt vielleicht ich schieße da schon da drauf aber wenn man geht denn das mal kaputte aus den schaden zahlen irgendwie so was nein ich sehe wie man absplittert aber ich weiß nicht ob das der boden ist oder ob das ein eiskristall ist ja klar wir können jetzt nicht mehr weitergehen wir können uns nicht von alleine befreien ja ja okay ja nervenkitzel der höchste gericht ist total verstört und enttäuscht es brauchen gummibärchen ich habe mir meine mina rennen ich bin eingefroren ich auch war das satt ich schau denn noch ins wasser er hat den jetzt schon wieder wie nimmt man das noch mal ne und wenn wir die effekte auslösen dann wärmer uns damit auf ja 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 ich auch und zwar alle egal wer jetzt was auslöst also okay der bieber wir wissen schon wieder nicht wie der sich bewegt ich bin ausgewichen okay ja der bewegt sich ganz schön schnell ich weiß nicht wenn man mal nicht hoffen ja ich muss diese kritische treffaktivkeit annehmen ich wollte hier lang schon warum müssen wir erst da lang und dann da lang was soll der scheiß das habe ich vorhin auch gemacht beim ersten mal gewalt ja aber ich steht da auch bei einem zwei prozent angestanden bonus egal aber das ist verbirgen nein ich bin fast aufgetaucht glaube ich ich bin eingefroren nein ja irgendwie schaffen wir das nicht warum ist hier nur einer da müssen wir wissen ja weil ich sehe gar nichts von mir war gar nichts hier für eine minute ja bei mir war nur der eine drei irgendwie kämpft der dagegen gar nichts bei mir ich habe da flog in die luft ich weiß auch nicht was ein spiel für probleme hat der andere ist schockklau der schießt mit blitzkugeln pass auf der schießt da ja die kugeln die sehe ich aber das ist bei mir nicht da das freut mich dann ich weiß du hast da sehr fanden spiel da eh ganz ernst ich sehe nur die eulie ja ganz toll haben die sich jetzt gegenseitig gerammt eh bei mir sind die gerade kollidiert eh ich habe nicht mehr bei mir unsichtbar was mache ich jetzt ich hab an was wir angehen ich schau mal hier hin bin ich nah dran ja woher ist das ich hab keine ahnung ja der kämpft gegen uns nicht wahrgeteilt vor weißt du wie das ist eh wenn du in der bar in der disco bist und die coolen kids tanzen und das eine opfer will auch mit tanzen weil du grad zahlen da ist es der ist tot wenn das eine uncoole kid mit den coolen kids abhängen will bin ich nah dran ich bin eingefroren wir sind alle eingefroren wir sind was passiert okay cool der störe orange eine kugel um die erfrieren okay wieder kugeln okay soweit waren wir noch nie dann ist schon mal gut kannst du club in deinem bettpfosten machen so ist das wie ich nicht weil er nicht bist du jetzt nicht noch zweier kombi kommen ich hab das in der eskalation immer das immer zwei mal zwei sicher kommen du warst jedenfalls vorher du wirst das nicht kommt noch zwei stimmt ich will es auch nicht wahrhaben aber es ist leider so oh gott das war knapp mein gott ja das ist schwart und äh drask oh super das kann irgendwas mit seinem schwanz machen glaube ich muss aufpassen das ist ein sehr guter hinweis okay es gibt hier zwei zwei fackeln tail please äh ja ähm super da nein 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 schwanz bitte ey ich bin doch vorher was ich wollte erledigen ich bin fast eingefroren ah das ist geschwungen mother fucker okay der eine typ macht irgendwie die säulen ja kaputt damit der sich da nicht da dran hängen an dem spielmann mach mal hier so ein ding so ein mast ist ja gut damit bist ein guter junge ja auch egal was deine eltern sagen ah äh äh hat der meine steuerung und was war das ich hab' ich hab' den weggeblasen ich hab' den weggeblasen der hängt sich an die säulen da oben ja ok ich verstehe wo ist der ist der hier unten da ja da hat jemand 20.000 schar gemacht ey nein ich kriege kaum was von dem kampf mit ey ah daneben schade warte hier sind wir nicht nach hinten getrogen der macht so einen strahl und dann wird irgendwo hin geschleudert ouch hat er zu diesem schaden gemacht vom verwunder irgendwie war Mein Gott, der sieht aus wie'n Pokémon jetzt, ey. Ja. So. Stop. Und dann. Au. Du fändest schmerzhaft aus. Oh Gott. Zum Glück bin ich noch grad hier im letzten Moment ausgewichen. Er brennt, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der ist tot. Ich mach Liegestütze. Gut gemacht. Oh, der hat einen Deskalationsschub. Ja, der gilt auch für uns. Ja. Ja. Mich anzugreifen bringt nichts, Kollege. Kämpf weiter. Mach irgendwas. Oh Gott. Oh Gott. Oh, dankeschön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dein Name ist irgendwie weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab die nicht gesehen. Voll dicke Ding ist da runtergefallen, ne? Ich weiß, das hat er vorhin auch gemacht. Ob nächst du die wieder, oder? Ich hab grad ein bisschen untergekühlt, okay, da hat einer einen Master eingesetzt, er ist tot. Oh, sehr gut. Aul. Aber schon ein bisschen eher verdient für mich. Ja. Okay, wieder ein Level Up, cool. Jetzt sind wir voll die Pros. Ja. Ja, aber der ist unterwegs, sehr schön. Na ehrlich, ohne mich hätten wir hier das niemals geschafft. GG. Ja. Wann dann, du Analphabet? Jetzt halten die dich für irgendeinen ignoranten Deutschen. GG. GG. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020